Guten Tag, herzlich willkommen zur Übungsstunde. Jetzt wird Deutsch gesprochen. Du hast eine Woche Urlaub. Was machst du? Du wiederholst die Wochentage. Du wiederholst Fragen. Wiederhole nach mir. Montag. Montag. Gehst du zum Strand? Gehst du zum Strand? Dienstag. Dienstag. Spielst du Tennis? Spielst du Tennis? Mittwoch. Mittwoch. Isst du im Restaurant? Donnerstag. Donnerstag. Gehst du zum Fußballspiel? Gehst du zum Fußballspiel? Freitag. Freitag. Gehst du zum Konzert? Gehst du zum Konzert? Samstag. Samstag. Gehst du ins Kino? Gehst du ins Kino? Sonntag. Sonntag. Triffst du Freunde? Triffst du Freunde? Das war's zu den Wochentagen. Gut gemacht. Du möchtest noch mehr üben? Weitere Podcasts und Videos findest du auf www.barbelia.us. www.barbelia.us. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.